Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des FLYF Adventskalenders 2020 und heute losen wir den Gewinner zu Tag Nummer oder von Tag Nummer 2 aus und es gibt an Tag 4 endlich was anderes zu gewinnen. Kein Piratenumang F mehr leider, ich habe nämlich nur drei gehabt. Heute gibt es ein Piratenkönig Set M zu gewinnen, aber natürlich das nicht verbesserte, also das Skin CS, also ein komplettes Piratenkönig Set M und zusätzlich gibt es 10 Garnelen zu gewinnen. Die geben 10% Angriff und 10% Cast Time. Wie immer alles was ihr dafür tun müsst, Like auf ein Video da lassen, Kanal abonnieren und euren Char-Namen von Iktrazee in die Kommentare schreiben. Und auslosen tun wir heute Tag 2, das ist der Piratenumang F wieder und 10 mal die die gebutterte, ne Knoblauchkrabbe, die Knoblauchkrabbe KK. Genau, dafür gehen wir wieder in den schicken Browser. So, Kommentare sind schon geladen, 30 Stück an der Zahl und dann erklärt habe ich ja alles. Ich mache jetzt nicht noch mal jedes Mal, sonst sind die Videos nur so, also ich meine unnötig, langes übertrieben, aber jo, direkt los, let's go. Was ist? Aikutsama oder Aikutsama? Ja, wahrscheinlich Aikutsama. Sorry, my bad. So, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Und Gewinn kann ich wieder nicht per Post leider verschicken. Das heißt, es reicht, wenn ich auf jeden Fall den Char-Name, äh, den Char erreiche, post-tadisch. Also ich kann es dir nochmal zeigen, also es geht leider nicht. Ich finde es halt unlogisch, weil es ist ja nicht mein Premium-Item. Es ist ja, also ich meine, ja, schon irgendwie, aber es ist ja trotzdem, keine Ahnung. So, Event-Items hätten die schon mal machen können, dass man die per Post verschicken kann. So, dann machen wir Gewinn. Dann kann ich hier wieder schön meinen Text rauskopieren. Keine Ahnung, ob ich das die letzten Jahre nie gemacht habe. Einfach reinkopieren und fertig. Und hier ist Tag auf zwei austauschen und fertig. Genau, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, die Nachricht geht raus. Nein! Geht sie nicht? No, wieso nicht? Wieso nicht? Ich habe es rauskopiert, ihr habt es gesehen. Ich habe es rauskopiert. Ja, das ist schlecht. Also wenn jemand nicht erreichbar ist, müssen wir eigentlich neu auslosen. Meine Vermutung ist, ich kann es jetzt nochmal probieren, also ich habe auch kein Leerzeichen mitkopiert. Das ist von A bis A. Ich kann es auch nochmal abschreiben. Aber das war 1 zu 1 rauskopiert. Da ist auch kein Zeichen zu viel. Ja, moin. Wieso geht denn das nicht jetzt? Nope. Ja, dann ist es wahrscheinlich jemand... Dann ist es wahrscheinlich jemand, der von Dryad aus Versehen mitgemacht hat, I guess. Oder den falschen Chana benutzt hat. I'm sorry. Aber da müssen wir leider neu auslosen dann. Das hilft alles nichts. Also wie gesagt, ihr müsst auf Yggdrasil spielen. Auf Dryad werden wir vielleicht auch ein Geburgenheim machen. Das hat sich schon eine Person sehr spendabel gezeigt und will vielleicht was für Geburgenheim, was Kleines zum Start vom Weihnachtsevent. Da können wir vielleicht so Kleinigkeiten machen, aber wie gesagt, dieser Adventskalender ist grundsätzlich für Yggdrasil. Das heißt, sorry, da müssen wir rerouen. Dann müssen wir rerouen. Dann probieren wir es nochmal mit Yorgush. Dann probieren wir es nochmal mit Yorgush. Und lassen wir alles so, wie es ist. Und ändern hier nur den Chana. Ich merke gerade, das ist eine Hardcore-Legende-Exit, deswegen hat es so rumgespackt. Yorgush. Geht raus. Alright. Ja, dann sorry auf jeden Fall. Wie gesagt, unbedingt drauf schauen, dass... Vielleicht war auch der Name falsch geschrieben, aber das ist wirklich wichtig, weil wenn ich jemanden nicht erreichen kann, dann... Ja, los mal neu aus. Das ist die Regel. Genau. Und ja, auf jeden Fall Glückwunsch, Yorgush. Schreib mir einfach, es steht alles Wichtige in der Nachricht drin, die ich dir geschickt habe. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und du hast einen Piraten-Humang-F und eben zehnmal die Knoblauch-Krabbel-KK gewonnen. Ja, und ansonsten vergesst nicht mitzumachen, vergesst nicht den Chana zu überprüfen und dass ihr auch wirklich auf Yggdrasil den Chana habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Erfolg, äh viel Glück und bis dahin. Macht's kurz rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.